Was das Mäuschen wissen muss Was das Mäuschen wissen muss, wie der Mensch nicht minder? Die Naturgeschichte ist wichtig auch für Kinder. Drum Anschauungsunterricht ist gar sehr am Platze. Sieht! Die gute Mutter spricht. Dieses ist die Katze. Wie uns arme Mäuse sie. Gern verspeist im Hause. So im Feld der Uhu fängt. Mäuse sich zum Schmause. Auch der Rattenfängerhund. Ist uns sehr gefährlich. Wie viel Mäuse bringt wohl um? So ein Feindei jährlich. Vor dem Fuchs nehmt euch in Acht. Dass er euch nicht fange. Gut nur, dass man leicht ihn kennt. Seine Ruth ist lange. Vor dem schlimmen Mausbus hart. Wollt euch wohl bewahren. Könntet sonst, wie bös er ist. Leicht zu spät erfahren. Eurer Feinde größten seht. Hier in diesem Bilde. Es ist der Mensch, er führet stets. Unsern Tod im Schilde. Unter Futter streut er. Gift in jede Ecke. Stellt uns heimlich Fallen auf. Trauet nicht dem Specke. Was das Mäuschen wissen muss. Habt ihr nun vernommen. Mögt zu eurer Sicherheit. Euch der Vortrag frommen. Und was ihr daraus gelernt, sorgsam sei's beachtet. Dass vergeblich euch der Feind nach dem Leben trachtet. Wie schildодар. Geburt. Begitt. Fürst ist es. ZEH-SANNE Und das ist es. Wie schildern. cross-traum. Und das ist es. Ich kann mich dabei. Ich kann mich dabei. Insofern. Du bist baut.